Hallo und herzlich Willkommen zur Ein-Jahres-Jubiläum-Sendung der UFO-TV-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Der Netflix-Triumph. Eine Woche nach einer katastrophalen UFO-Serie stellt Netflix nun eine mehr als gelungene online. George Knapp und Jeremy Corbell. Ein Reality-Check zu den zwei prominenten UFO-Forschern. Das Hearing. Alles, was man über das lang erwartete Congress-Hearing diese Woche schon weiß. In Other News Trump und andere Mumien. UFO-TV wird ein Jahr. Eine kurze Bestandsaufnahme und ein klein wenig Nostalgie. Ja, das ist die einjährige Jubiläum-Sendung. Unglaublich aber wahr, seit einem Jahr gibt es nun UFO-TV aktuell. Anfangs UFO-TV Austria. Das ist zwar durchaus bemerkenswert, aber wie könnte man das Jubiläum besser begehen, als damit auch heute das zu tun, was wir hier am besten tun. Nämlich möglichst genau und objektiv über die interessantesten UFO-Neuigkeiten der Woche zu berichten. Nun, dann machen wir das einmal. In der Folge der letzten Woche bin ich ja recht hart mit einer Netflix-Serie ins Gericht gegangen. Die arbeitete einen berühmten UFO-Entführungsfall in Manhattan auf aus dem Jahre 1989. Oder besser gesagt, eben nicht. Denn an dem Fall ist zwar vieles interessant, vieles mysteriös und eine Bestätigung für ihn zu finden, wäre genauso sensationell gewesen, wie ihn eindeutig als Fälschung zu entlarven. Doch nichts davon hat die Serie getan, sondern hat sich stattdessen auf das Psychoduell zweier damals beteiligter Frauen konzentriert. Fein für jemand, der so etwas mag, nicht so toll für Leute, die sich seriös mit dem Phänomen auseinandersetzen. Aber Netflix ist keine Einheit. Netflix ist ein Streaming-Service, der viele Filmfirmen beauftragt, viele Filme, Serien und Dokumentationen herzustellen. Und die fallen dann eben unterschiedlich aus. Knapp, kleines Wortspiel, eine Woche nach der Manhattan-Serie startete nun eine zweite UFO-Netflix-Serie, nämlich Investigation Alien. Und zwar gleich alle sechs Folgen auf einmal, jeweils zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde lang. Präsentiert wird die Serie von George Knapp, dem wohl längst dienenden aktiven UFO-Journalisten der Welt, dem wir unter anderem die Enthüllung der Existenz von Area 51 verdanken. Und in gewisser Weise sogar das ganze OSAP-Programm des Pentagons, auch den New York Times-Artikel von 2017 und das Coming-Out von David Grush. Dazu mehr im nächsten Teil. Wobei präsentiert nicht bedeutet, dass Knapp im Studio steht und Filmmaterial abspielt, sondern dass er sich tatsächlich auf den Weg macht, um alte und neue Fälle vor Ort zu untersuchen. Sei es in den Weiten der USA, in Mexiko oder in Brasilien. Das Ergebnis sind spektakuläre Aufnahmen von neuen Fällen und alles mögliche Neue von alten Fällen. Die Folgen der Serie sind miteinander verwoben, haben aber doch jeweils ein eigenes Thema. Hier ein Überblick. In der ersten Folge ging es überraschenderweise um Viehverstümmelungen. Ein Thema, das von UFO-Journalisten und Forschern oft gerne ausgeklammert wird, weil es Leute, die sich mit diesem Phänomen noch nie beschäftigt haben, irritiert und abstößt. Tatsächlich sind die getöteten Weidetiere weltweit und seit Jahrzehnten einer der besten, weil physischen Beweise dafür, dass auf dieser Welt etwas Seltsames vorgeht. Knapp und sein Begleiter, in jeder Folge arbeitet er mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen, untersuchen also nun neue Verstümmelungsfälle und interviewen Zeugen. Auf diese Weise wird die Realität und zwar die brutale Realität dieses außergewöhnlichen Phänomens deutlich. Und nein, es wurde nie aufgeklärt. Kein einziger der zehntausenden Fälle weltweit. In der zweiten Folge geht es weiter nach Brasilien. Hier wird einer der spektakulärsten und auch verstörendsten Fälle der UFO-Geschichte von Knapp und seiner Partnerin genau untersucht. Die Rede ist von Colares, ein berühmter Vorfall aus dem Jahr 1977, bei dem über einer kleinen Insel in Nordbrasilien Lichter am Himmel über Monate regelmäßig aus dem Wasser aufstiegen und teilweise die Bevölkerung terrorisierten. Dabei kam es zu Verletzungen, meist in Form von Strahlenschäden und angeblich sogar Todesfolgen. Das brasilianische Militär rückte aus und untersuchte die Vorfälle eineinhalb Jahre lang. Das ist zwar lange her, aber diese Folge der Serie zeigt sehr viel Neues darüber. Unter anderem das erste Interview mit der Frau, deren Foto in einer Zeitung seit Jahrzehnten symbolhaft für den ganzen Vorfall steht. Und ja, sie hat noch immer Spuren der Strahlenattacke. Aber auch die Vorgangsweise der Militärs, die offenbar versuchten, mit dem Phänomen zu kommunizieren und die Beteiligung von Amerikanern, wird dabei aufgedeckt. Folge 4 untersucht zwei UFO-Hotspots unter Wasser an zwei Küstenstreifen, einer vor Kalifornien und einer im mexikanischen Golf. In Folge 5 sammelt Netmaterial als Gegenargument zu dem offenbar zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gerade erschienenen Arrow-Bericht. Oder Error-Bericht, wie ich gerne sage. Er spricht dabei mit prominenten Forschern und Forscherinnen, wie Gary Nolan und Beatrice Villaroyel, präsentiert historisches Material und berichtet über den Fall einer UFO-Sichtung mit vom Himmel gefallenen, geschmolzenem Metall. Das lässt er dann in Folge 6 von Gary Nolan untersuchen. Das Ergebnis, sehr außergewöhnlich, sehr geheimnisvoll, vor allem wie es an die Fundstelle kam, aber nicht eindeutig außerirdisch. Außerdem bietet Folge 6 einen Blick auf die Massensichtung der Phoenix Lights. Und auch hier werden einige vollkommen neue Zeugen, teilweise mit militärischem Background, interviewt. Man könnte noch viel mehr über die vielen Teilaspekte der einzelnen Folgen berichten, aber das soll hier ja keine Nacherzählung werden. Mein Fazit, eine sehr gelungene Serie, die sehr viel Interessantes präsentiert. Das scheint auch die Meinung der Mehrzahl der bisherigen Seher zu sein. Natürlich gibt es auch Stimmen, die herablassend meinten, schon wieder keine Beweise, schon wieder nichts Neues. Aber so einfach ist das nicht. Gerade die ersten zwei Folgen präsentieren interessante Fälle und neue Zeugen. Neue Zeugen. Sowie viele Detailinformationen, die man so noch nicht kannte. Und auch die anderen Teile, die, wie ich zugebe, zum Teil etwas schwächer sind, haben doch immer irgendetwas mit dabei, das man so bisher noch nicht wusste. So wird die gängigste Erklärung der Debunker für das vom Himmel gefallene Metall endgültig als Unsinn entlarvt. Und die Folge mit den unterseeischen Objekten bietet unter anderem ein spektakuläres Video, das von einer automatischen Überwachungskamera des Boots der Tauchergruppe des Filmteams aufgenommen wurde. Es zeigt einen hell strahlenden Orb, der langsam im Meer versinkt und dieses dann von unterhalb der Wasseroberfläche zum Leuchten bringt. Also sogar für Super-Experten immer wieder ein wenig Neues. Und man sollte nicht vergessen, für welches Publikum die Serie eigentlich gemacht ist. Nämlich für ein breites Publikum weltweit. Die Serie wurde in über 120 Sprachen übersetzt. Und dieses Publikum wird nun mit Dingen konfrontiert, von denen es vorher vermutlich noch nie etwas gehört hat. Und das auf eine faszinierende und beeindruckende Art. Noch einmal, die Serie beginnt mit Kuhverstümmelungen und nicht mit verwaschenen Videoaufnahmen von Lichtern am Himmel. Das ist ein Statement. Investigation Alien bietet zwar keine eindeutigen Beweise für die Existenz einer bestimmten Ausformung des Phänomens. Darauf warten wir natürlich noch alle. Aber die Serie bietet eindeutige Beweise für die Existenz des Phänomens. Und dass es sich lohnt, danach zu forschen. Und Antworten auf Fragen zu finden, die einem tatsächlich überall, weltweit, direkt ins Gesicht starren. Auf Twitter-X, aber auch in diversen UFO-Podcasts oder Kommentaren auf YouTube wird gerne an Jeremy Corbell und George Knapp herumgemotzt. Jeremy Corbell dient dabei besonders oft als Reibebaum. Was ich verstehen kann, seine oft enthusiasmierte und manchmal großspurige Art, seine drastische Wortwahl und mehr scheinen einigen ziemlich gegen den Strich zu gehen. George Knapp bekommt davon weniger ab, aber auch immer wieder. Es heißt, seit Jahrzehnten würden sie nur Dinge ankündigen, aber nie etwas abliefern und Fett an ihrer Tätigkeit verdienen. Grifter, also Abzocker, ist hier einer der häufigsten Vorwürfe. In verschiedenen Abstufungen wird das ja unter anderem auch Lou Elizondo und David Grush vorgeworfen. Dazu manchmal auch der Vorwurf an alle vier, Desinformationsagenten zu sein. Nun möchte ich nicht so weit gehen, zu sagen, dass mich diese gebetsmühlenartigen Vorwürfe aufregen, aber ich bin der Sache doch ein wenig müde. Keiner der gerade Genannten verdient sein Geld mit Ufologie. Elizondo und Grush hatten sogar gut bezahlte Posten verlassen, für ein mehr als ungewisses Schicksal. Im Fall von Grush hatte dieser noch eine glänzende militärische Karriere vor sich, die er für die Enthüllung seines Wissens aufgab. In ihrer neuesten Folge von Weaponized hatten Knapp und Korbel nun David Fravor zu Gast, jenen Kampflieger, der damals das Tic Tac verfolgt hat. Außerdem war er, was nicht so viele Leute wissen, die Hauptfigur eines zweiten New York Times Artikels, der am selben Tag in derselben Zeitung erschien, wie der Artikel über Elizondo und A-Tip. Darin erzählte er erstmals die Geschichte seiner Verfolgungsjagd, die ja auch durch das gleichzeitig veröffentlichte Video dokumentiert wurde. Fravor gilt innerhalb und außerhalb der Szene als untadelig. Er hat garantiert noch nie Geld mit der Sache verdient, ist medienscheu und hat in seinen wenigen Auftritten immer wieder, ohne Ausschmückungen exakt dasselbe wiederholt, nämlich was ihm passiert ist und was von vielen Zeugen bestätigt wurde. Fravor ist sozusagen der Vorzeigepfadfinder der Szene und ein Freund von Korbel und Knapp. In seinem Interview, wie gesagt eines der seltenen Interviews, erzählt Fravor nun nicht nur seine alten Geschichten, sondern auch einiges von hinter den Kulissen. Link in der Beschreibung. Unter anderem Dinge, die auch mir so nicht bekannt waren. So berichtet Commander Fravor, dass Jeremy Korbel und George Knapp bereits 2009 mit ihm in Kontakt waren und über den Tic-Tac-Vorfall Bescheid wussten. Also acht Jahre vor dem New York Times-Artikel. Damals hatte Korbel zwar die ganze Geschichte immer wieder einmal angedeutet, sein damaliger Auftritt in einer Coast-to-Coast-Sendung dazu kommt in der Weaponized-Folge ebenfalls vor, aber er outete weder Fravor noch die genauen Umstände des Nimitz-Vorfalls. Genauer gesagt schwiegen Knapp und Korbel acht Jahre lang und ließen dann der New York Times den Vortritt. Sie veröffentlichten die Story nicht selbst, weil sie wussten, dass dieser Weg einen wesentlich größeren Dienst für die Sache leisten würde. Von wegen Absahnen. Und diese Geschichte wiederholte sich einige Jahre später noch einmal. 2022 outete sich David Grush gegenüber Korbel und Knapp. Sie waren die ersten Journalisten, mit denen er über seinen Plan sprach, das Militär zu verlassen und sein Wissen zu veröffentlichen. Korbel und Knapp coachten ihn ein Jahr lang, ließen aber dann The Debrief und NewsNation den Vortritt, ebenfalls um die Geschichte möglichst weit zu verbreiten. Auch für das Hearing mit Grush waren die beiden hinter den Kulissen federführend tätig. Ich finde also, man sollte durchaus genau hinhören, wo ein Knapp oder Korbel sagen, sie wüssten etwas, könnten das aber erst in ein paar Monaten oder vielleicht sogar erst in ein paar Jahren veröffentlichen. Wenn es jemanden gibt, der sagt, dass er etwas weiß und bewiesen hat, dass er nachher irgendwann auch tatsächlich abliefert, dann diese beiden. Zu den Einkünften. Nepp ist fix Angestellter eines Fernsehsenders und berichtet dort über verschiedene Themen. Korbel betreibt mit seiner Frau ein Immobiliengeschäft und ist außerdem Künstler. Ihre Einnahmen aus der UFO-Sache sind vergleichsweise gering. Sie könnten ziemlich sicher viel mehr verdienen, würden sie sich nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Dazu noch ein spannendes Detail von David Fravor, das mir so auch nicht bewusst war. Um vor dem Kongress aussagen zu können, musste Fravor auf seine eigenen Kosten anreisen und sich seine Übernachtung selbst bezahlen. Es gab keine Einladung und keine Kostenrückerstattung und schon gar kein Honorar. Er musste sich sogar einen Urlaubstag nehmen, um anwesend zu sein. Ja, manchmal kommt Korbel ein wenig rüber wie ein Clown. Aber es sind Dinge, wie alle eben erwähnten, weshalb ich den beiden vertraue. Und es so lächerlich finde, dass ihnen und auch Elizondo und Grush bei jeder Gelegenheit vorgeworfen wird, sie seien mediengeil und versuchten nur Geld aus der Sache zu schlagen. Ohne Knapp wüssten wir nichts von Area 51. Hätte er Harry Reid nicht darauf angesetzt, hätte es OSAP und ATIP nie gegeben. Hätten die beiden Fravor nicht bedrängt, hätte es 2017 keinen Augenzeugenbericht in der New York Times gegeben. Hätte Elizondo nicht seinen Job aufgegeben, hätten wir nie offiziell von den UFO-Programmen der USA erfahren. Mit anderen Worten, wir würden gar nicht hier sein und über all das reden, hätten all diese Personen und David Grush nicht das getan, was sie getan haben. Das sollte man sich vielleicht überlegen, bevor man seinen nächsten chemischen Kommentar irgendwo absetzt. Am Mittwoch, den 13. November, ist das lang erwartete neue Hearing vor dem US-Kongress angesetzt. Es trägt den erstaunlichen Titel Unidentified Anomalous Phenomena Exposing the Truth, also nicht identifizierte anormale Phänomene, die Wahrheit ans Licht bringen. Und wenn man die bereits vorgestellte Agenda betrachtet, ist die zum Teil noch erstaunlicher. In einem Memorandum heißt es dazu nämlich unter anderem Hintergrund. Diese Anhörung folgt auf die letzte Anhörung zu nicht identifizierten anormalen Phänomenen, UAP. Es wird die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Offenlegung von UAP-bezogenen Programmen untersuchen und Informationen im Besitz von Bundesbehörden. Es wird Transparenzprobleme rund um das Verteidigungsministerium, DOD und die Geheimdienste untersuchen, einschließlich der Offenlegung von Ausgabeninformationen sowie den Richtlinien und Verfahren in Bezug auf Klassifizierung und Deklassifizierung. Bei der Anhörung wird auch die Arbeit des vom Kongress beauftragten All Domain Anomaly Resolution Office ARROW des Verteidigungsministeriums untersucht. Wenn Nancy Mace und ihre Kollegen das alles wirklich ernst meinen, dann könnte das Hearing für einige Erschütterungen sorgen. Auch wenn kein Whistleblower des Geheimprogramms persönlich auftritt oder endlich ein 4K-Video eines außerirdischen Raumschiffs gezeigt wird. Die vier geladenen Zeugen sind bekannt und es ist zu vermuten, dass ihre Aussagen polarisieren werden. Die einen werden wieder laut rufen, nichts Neues. Die anderen werden wertschätzen, dass sie das, was sie sagen, unter Eid sagen. Vor laufender Kamera und somit vor der Weltöffentlichkeit. Im Detail. Der erste Zeuge ist Ex-Admiral Tim Gallaudet. Das bedeutet, wir werden einiges über unterseeische Objekte erfahren. Aber er gehört auch zu jenen, die strenge Geheimhaltung und Überklassifizierung vieler Dokumente schon oft öffentlich gegeißelt haben. Und er ist Admiral. Um genau zu sein Ex-Konter-Admiral. Aber immerhin, damit ist er der höchste Militär, der jemals zu diesen Dingen öffentlich in einem Ausschuss aussagt. Das bedeutet schon etwas. Gerade in den militärverliebten USA. Ähnliches gilt für Lou Elizondo, der zweite Zeuge. Wir wissen zwar schon fast alles über ihn, gerade dieser Kanal hat dutzendfach über ihn und seine Aussagen, so wie seine Medienauftritte berichtet. Aber das ist eine Kongressanhörung. Und wenn er all das, was er bisher gesagt und in seinem Buch geschrieben hat, öffentlich vor einem Ausschuss unter Eid sagt, hat auch das ein anderes Gewicht. Michael Schellenberger ist der dritte Zeuge. Ein Journalist, der noch nicht sehr oft über UFOs geschrieben hat, aber wenn, dann immer wieder spektakulär ist. Zuletzt war er der Aufdecker des Pentagon-Geheimprogramms Immaculate Constellation. Wir haben berichtet. Auch hier gilt, wenn er unter Eid aussagt, was er alles darüber weiß, dann hat auch das Gewicht. Der vierte Zeuge ist Michael Gold. Und der ist ein großer Unbekannter. Man kann seine Biografie zwar googeln, er fährt aber zu unserem Thema nicht sehr viel mehr, als dass er Mitarbeiter von Bigelow Airspace war, ein Interesse an UFOs hat und auch Teil des UAP-Panels der NASA war. Aber vielleicht weiß er ja tatsächlich etwas. Bigelow sollte ja damals echtes Material von anderen Luftfahrtfirmen erhalten. Vielleicht war Gold da in die Verhandlungen eingebunden? Oder er weiß etwas ganz anderes, von dem wir noch nichts wissen. Ein Überraschungskandidat mit Potenzial also. Alle vier haben übrigens bereits ausführliche schriftliche Stellungnahmen an den Kongress übermittelt. Diese kann man sich gerne auch selbst bereits durchlesen. Links dazu und auch alle weiteren relevanten Links in der Beschreibung. Nachdem es sich bei diesen Stellungnahmen um sehr viele Seitentext handelt, werde ich die Aussagen jetzt nicht im Detail wiedergeben. Wichtiger finde ich auch, was man dann live im Fernsehen hören wird. Denn das ist auch das, was auch die breite Bevölkerung erreichen wird. Mehr erfahren wir dann eben am Mittwoch. Übrigens hat das New Paradigm Institute zu einer Kundgebung im Anschluss an das Hearing direkt vor dem Kongressgebäude aufgerufen. Wie viele Leute sich während der Arbeitswoche mitten am Tag dort versammeln werden, ist natürlich eine andere Frage. Es sind jedenfalls einige prominente Redner angekündigt. Nicht zuletzt Daniel Sheehan. Diese Veranstaltung wird dann ebenfalls live übertragen werden. Und auch hierzulande wird es eine Aufarbeitung des Hearings geben. Robert Fleischer hat mehrere Personen, darunter mich, zu einem Gespräch über unsere Eindrücke vom Hearing eingeladen, das dann auf seinem Kanal exomagazin.tv ausgestrahlt werden wird. Wann das online geht, ist noch nicht klar. Ich werde es dann aber hier als Community-Message aussenden. Ein guter Grund, diesen Kanal zu abonnieren. Dann werdet ihr davon nämlich rechtzeitig informiert. Ich bin also, was das Hearing betrifft, verhalten optimistisch. Die Sache geht langsam voran. Für manche vielleicht zu langsam, aber sie geht voran. Ja, wir haben immer noch nicht das sprichwörtliche Lenkrad eines UFOs zu Gesicht bekommen, aber die Enthüllung der Disclosure Herbst ist in vollem Gange. Wenn man alles zusammen objektiv betrachtet, zeigt sich da ein recht klares Bild. Wir haben in den letzten sieben Jahren mehr offiziell über die Realität des Phänomens unter Geheimhaltung erfahren, als die 70 Jahre davor. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und optimistisch zu bleiben und vielleicht auch manchmal ein bisschen Demut und Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass hier schon alles passiert ist. Bereits vorige Woche fand ein anderes angekündigtes Hearing, nämlich das über die sogenannten Nazca-Mumien, vor dem Parlament in Peru statt. Leider gibt es meines Wissens nach keine vollständige Aufzeichnung davon, vor allem nicht mit Untertiteln, sondern nur eine von Jaime Maussan zusammengeschnittene Version. Was ich so aus verschiedenen Quellen höre, war das Hearing vor allem von Querelen und gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Die Regierungsseite, die ständig von Puppen sprach, stand den Wissenschaftlern der Universitäten gegenüber, die auf die Echtheit der Mumien pochten. Ich möchte nicht auf Details eingehen, solange ich mich selbst nicht besser informiert habe, aber angeblich hat auch der von der Regierungsseite gestellte Radiologe festgestellt, dass die drei Finger und drei Füße der als Maria bezeichneten Mumie als natürlich gewachsen erscheinen und keine Manipulationen erkennbar wären. Wie gesagt, ein andermal mehr. Über die Auswirkungen der US-Wahl in politischer Hinsicht werde ich an dieser Stelle nichts sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Über die Auswirkungen im Hinblick auf Disclosure gibt es allerdings bereits das eine oder andere zu berichten. Die wichtigsten Punkte im Überblick. Marco Rubio, der ja seit Jahren zusammen mit der Demokratin Kirsten Gillibrand und anderen Senatoren intensiv an der Aufklärung beteiligt ist, soll nach aktuellen Gerüchten Außenminister werden. Nun hat dieses Amt zwar nicht unmittelbar etwas mit dem UFO-Phänomen zu tun, aber immerhin wäre er damit in der Regierungsriege und hätte hier durchaus Einfluss. Für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters hat Donald Trump den Abgeordneten Mike Waltz vorgesehen. Er gilt als Hardliner und wie man so sagt Kriegstreiber, aber er hat sich auch schon öfter zum Thema UFOs geäußert und unterstrichen, wie wichtig es sei, dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Außerdem soll Trump John Radcliffe als neuen CIA-Direktor im Auge haben. Das ist auch nicht ohne. Denn Radcliffe ist derjenige, der unter der Regierung Trump 1, ebenfalls in einer hohen Regierungsposition als koordinierender Chef aller Geheimdienste, auf Fox News recht offen über das Phänomen gesprochen hat und auch erstmals preisgab, dass UFOs von US-Satelliten geortet und überwacht werden. Zusammen mit den republikanischen Vertretern des UAP-Kaukos, der allerdings, wie ich betonen möchte, überparteilich ist, gibt es jetzt also rund um den neu gewählten Präsidenten einige Personen, die intensiv an der Aufklärung beteiligt sind. Damit scheint die neue Regierung auf eine Weise positioniert zu sein, die weitere Enthüllungen begünstigt. Warten wir es ab. Übrigens hat auch Gary Nolan vor kurzem in einem Interview gesagt, dass das Schumer-Rounds-Gesetz möglicherweise doch noch durch eine Hintertür Gesetzeskraft erlangen könnte. Wenn die Chance auch relativ gering sei. Und James Fox ließ wissen, dass er allen Abgeordneten, die am Untersuchungsausschuss teilnehmen, einen Link zu seiner ja bereits fertigen Dokumentation, The Program, zur Verfügung stellt. Und er hat angekündigt, allerdings noch ohne Datum, dass die Doku noch dieses Jahr erscheinen wird. Alles zusammengenommen, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass uns ganz unmittelbar interessante Tage bevorstehen. Vermutlich sogar Wochen oder Monate. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei dieser Sendung um die 52. Das bedeutet ein Jahr lang, 52 Mal, jede Woche, eine News-Sendung von plus minus 30 Minuten. An dieser Stelle kann ich dazu nur sagen, verdammt viel Arbeit. Aber ich halte diese Arbeit für wichtig. Und sie macht mir auch Spaß. Der Kanal wird dabei getragen von meiner Überzeugung, dass es an der Zeit ist, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Und ich danke allen von euch, die mir dabei helfen. Durch das Setzen eines Likes, durch das Abonnieren des Kanals, durch Kommentare und durch das Weiterverbreiten der Videos. Zu diesen 52 News-Sendungen kamen im vergangenen Jahr noch einige weitere Videos hinzu. Wie mein Langformat Nachspiel, Breaking News, Interviews und einige Specials. Zusammen mit diversen Shorts ergibt das nach einem Blick auf die Statistik 120 Videos mit rund 175.000 Views. Durchaus beachtlich. Derzeit steht der Kanal bei etwa 2.900 Abonnenten und Abonnentinnen. Auch dafür mein herzlichster Dank. Allerdings ohne unbescheiden sein zu wollen, da geht noch was. Also bitte ich euch weiterhin um eure Unterstützung bei der Weiterverbreitung. Was mich über die ganze Zeit besonders gefreut und auch motiviert hat, ist der viele Zuspruch, den ich erhalten habe. Über 90% der Kommentare sind positiv. Manchmal sogar euphorisch positiv. Das spornt mich an, dran zu bleiben. Und wie gesagt, freut es mich sehr, dass meine Botschaft und offenbar auch meine Art der Informationsvermittlung so gut bei euch ankommt. So. Das war es auch schon mit dem Rückblick unter Nostalgie. Es gibt einfach aktuell viel Wichtigeres, als sich selbst zu feiern. Allerdings habe ich doch noch einen kleinen Nostalgie-Bonus für euch vorbereitet. Dazu gleich ganz am Schluss. Wenn ihr dem Kanal ein kleines Geburtstagsgeschenk bereiten wollt, dann könnt ihr natürlich auch Kanalmitglied werden. Mir etwas in die Spendenkasse werfen, Link in der Beschreibung, ein super Thanks dalassen oder etwas in meinem Merchandise-Shop erwerben. So im Sinne von hoch die Tassen. Oder ihr schaut auf Amazon vorbei, Link in der Beschreibung, und holt euch mein gerade erschienenes Buch. Das UFO-Handbuch fasst sozusagen alles zusammen, was ich in über einem Jahr Beschäftigung mit dieser Materie so gelernt habe. Kompakt und als Überblick. Mit ausführlichem Lexikon. Mehr dazu in der letzten Folge. Ich muss jetzt nicht noch einmal alle Details daran groß bewerben. Oder ihr seht euch mein Gespräch mit Dean vom JWR-Podcast dazu an. Link in der Beschreibung. Das Buch ist seit Anfang letzter Woche als E-Book erhältlich und seit Sonntag auch als Print-Ausgabe. Wenn die Angabe auf der Website nicht lügt, kann man es innerhalb von zwei Tagen erhalten. Natürlich eignet sich das UFO-Handbuch auch hervorragend als Geschenk für Neugierige, Neueinsteiger und vielleicht sogar Skeptiker. Weihnachten steht vor der Tür. Klingelingeling. Hohoho. Okay, nun noch zu dem angesprochenen Nostalgie-Bonus. Der Kanal begann ja unter dem Namen UFO-TV-Austria, bevor dieser vor ein paar Monaten auf UFO-TV aktuell gewechselt ist. Und meine UFO-TV-News hießen am Anfang Austria-UFO-Wochenschau. Eine Art Augenzwinkern, bezogen auf die Kino-Wochenschauen der 50er- und 60er-Jahre. Darum war das damalige Kanal-Intro auch eine Kopie einer echten, antiken Wochenschau, ergänzt um ein paar fliegende Untertassen. Heute, zum Ein-Jahres-Jubiläum, feiert dieses Intro noch einmal eine triumphale Rückkehr. Also noch nicht wegklicken, sondern den Schluss genießen. Soviel dazu. Wir hören uns diese Woche aufgrund des Hearings sicher noch einmal. Aber inzwischen verabschiede ich mich. Also immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF,